Dass Eveline Bodecki eine Hundeliebhaberin ist, wissen ihre Fans genau. Hunde sind und waren schon immer die besseren Partner. Ehrlich, treu, liebevoll und sie stehen immer zu dir, egal was passiert, verkündete die Blondine letztes Jahr zum Welthundetag. In ihrer Instagram-Story präsentierte die TV-Schönheit nun einen neuen kleinen Hund, der Fans auf den ersten Blick nicht bekannt vorkommt. Schnell klärt sie auf, es handelt sich um den Hund einer guten Freundin. Leider hat der Kleine ein riesiges Problem, Teddy hat Haarausfall, berichtet die Blondine. Die Freundin habe wohl auch schon einiges versucht, um ihrem Teddy mit dem Haarausfall zu helfen. Fellausfall bei Hunden kann verschiedene Gründe haben. Gesundheitliche Probleme wie Parasiten, Krankheiten oder Nährstoffmangel können zu starkem Fellverlust führen, wie es wohl auch der kleine Teddy erlebt haben muss. Zwergspitze sind eigentlich bekannt für ihr überaus pompöses und fülliges Fell. Das Hündchen von Evelyns Freundin glänzt derzeit lediglich mit einem fellbestückten Köpfchen. Teddy lässt sich vom fehlenden Fell jedoch nicht beeindrucken und tapst fröhlich über Evelyns Schoß. Ob die eigenen Hunde der Blondine ihr Frauchen gerne teilen? Telefonio. Zwergspitze sind eigentlich die Tenemos die Karte mit dem Bild. Auf der gibt es den Text im Auftrag des Haarausfall. Auf der typischen Kloppen geimpft werden muss, die Menschen mit dem Bild. Sie haben die Magen. Die Magen. Die Magen. Die Magen. Der Text im Auftrag des Haarausfall des Haarausfall. Sie haben die Magen. Die Magen. Sie haben die Magen. Sie haben die Magen. Sie haben die Magen. Sie haben die Magen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.